Jungs, meine Freunde, selbe wieder am Start, heute wieder mit GTA 5 Online. Und zwar spielen wir heute ein Custom Special Vehicle Race. Jetzt hier so im Chat bin ich allein, aber gegen mich fährt der NotTrader, einer meiner Zuschauer. Danke, dass du beigetreten bist. Der ist jetzt einfach so nachgejoint und dachte ich... Oh, das sieht ja schon mal geil aus. Aber... Das ist echt geil. Und... Auf geht's! Ich liebe diese Röhren, ne? Die sind geil. Hammer. Jetzt stellt euch mal vor, man ist total betrunken oder sowas. Und fährt dann diese Rennen. Voll geil. Aber kommt auch ein bisschen was Stuntmäßiges. Pst! Schau mal, jetzt bin ich gerade in der Aufnahme und wer schreibt? Lisa! Grüße an dich, Lisa! Schade, dass du nicht mitzocken konntest. Das wäre nämlich die Maps gewesen, die ich ausgesucht habe. Oh Gott. Oh Gott. Aber da haben wir schon mal ein bisschen... Ein bisschen... Ein bisschen RP gegeiert. Und sind schon in der zweiten Runde. Okay. Da hätte ich mir jetzt... Da habe ich jetzt echt mehr erwartet. So von wegen als Custom Map. Und nur in Röhren rumfahren. Okay, da bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht. Ehrlich. Da bin ich echt ein bisschen enttäuscht. Ich meine, die Röhren sind alles schön und gut. Die sind auch geil. Aber... Kein Stunt Element. Gar nichts. Also es hätte doch wirklich so ein Jump oder sowas reinpassen können. Stunt oder... Einen kleinen Wallride. Oder... Ja. Ich meine, wir haben hier schon den Rocket Voltic. Der enorm weit... Äh... Durch... Fliegen kann durch seinen Antrieb. Da hätte ich doch... Was draus machen können. Eigentlich. Meine Meinung. Ihr könnt ja mal gerne schreiben, wie ihr die Map findet. So. Und das sind wir auch schon im Ziel. Ich bin enttäuscht. Ich bin sehr, sehr, sehr enttäuscht. So. Gucken wir mal, ob der uns ziel schafft. Ich bin echt sehr enttäuscht. Aber gut. Man kann sich die Maps nicht aussuchen. Man hat ja nur so ein kleines Bildchen. Und... Damit muss man arbeiten. Und dass jetzt sowas kommt... Wird von mir auf jeden Fall ein Dislike kriegen. Und... Äh... Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr disliket das Video jetzt nicht. Und ähm... Da würde ich sagen, wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder. Halt. Erstmal Disliken. So. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Haut rein. Ciao, ciao. 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 Ciao.